Wird der Iran Israel angreifen und damit den lange befürchteten großen Krieg im Nahen Osten auslösen? Nachdem Israel vor ein paar Tagen die iranische Botschaft bzw. das iranische Konsulat in Syriens Hauptstadt Damaskus bombardiert hat, ist diese Angst wieder präsent. Und im heutigen Video möchte ich mal kurz ein bisschen erklären, wieder Hintergründe liefern. Was ist denn passiert? Was hat es mit diesem israelischen Angriff auf die Iraner in Syrien auf sich? Und was könnte jetzt passieren, nachdem der Iran gedroht hat, dass er als Vergeltung Israel angreifen würde? Und ich weiß, dieses Thema ist kein neues. Ich hatte erst vor ein paar Wochen schon ein Video, wo es darum ging, dass die Israelis mit einem Luftschlag in Syrien iranische Generäle getötet haben. Das Video werde ich hier verlinken. Deswegen, bitte wundert euch nicht, wenn sich ein paar Sachen hier doppeln werden, weil ich das einfach jetzt nochmal erzählen werde. Nicht alle haben dieses Video gesehen und manche von den Dingen, die ich jetzt erzählen werde, die sind wichtig, um diesen Konflikt ein bisschen besser zu verstehen und einzuordnen. Also, was ist passiert? Am 1. April, am Montag, haben sehr wahrscheinlich die Israelis einen Bombenangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus ausgeführt und haben dabei das Konsulat des Irans in Syrien bombardiert. Und dabei sind mehrere Soldaten ums Leben gekommen. Und das Entscheidende ist hier, nicht irgendwelche Soldaten. Es sind wohl sieben Offiziere getötet worden und darunter zwei Generäle. Und zwar zwei Generäle der sogenannten Revolutionsgarden. Die Revolutionsgarden, das ist so die wahrscheinlich einflussreichste und aus israelischer Sicht gefährlichste Organisation im ganzen Staat Iran. Die sind der Teil des Militärs, der verantwortlich ist für die Kriegsführung in anderen Staaten, für Sondereinsatzkommandos und vor allem auch für die Koordination mit den sogenannten Proxy-Armeen. Proxy-Armeen, das sind die Milizen, die vom Iran gesteuert werden, auf die zumindest der Iran einen starken Einfluss hat, überall im Nahen Osten. Dazu gehören unter anderem schiitische Milizen im Irak, die Hezbollah im Libanon, auch eine schiitische Miliz, oder auch die Houthi-Rebellen im Jemen. Die haben alle gemeinsam, dass sie sehr stark gegen Israel sind, dass sie meist eben schiitisch geprägt sind und dass sie eben gute Beziehungen zum Iran haben. Und da sind eben diese Revolutionswächter oder Revolutionsgarden der Schnittpunkt. Das sind die Elite-Soldaten und Offiziere des Iran, die dafür verantwortlich sind, zu koordinieren, welche dieser Proxy-Armeen wann den Auftrag bekommt, irgendwelche Ziele im Nahen Osten anzugreifen. Meistens der Israelis oder der Amerikaner. Und zwei der Generäle, die dafür verantwortlich sind, die wurden jetzt von Israel getötet. Und einer davon war wohl der höchstrangige General, der in Syrien und im Libanon von den Iranern im Einsatz war, um eben zum Beispiel die Hezbollah und andere Milizen zu koordinieren. Und die Hezbollah, wie ihr wisst, ist einer der größten Erzfeinde Israels. Und damit war das praktisch aus israelischer Sicht erstmal ein Erfolg, weil der General der Iraner ausgeschaltet wurde, der dafür verantwortlich war, die Connections am Leben zu halten mit der Hezbollah. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine große Eskalation. Denn die Israelis haben das zwar schon in der Vergangenheit öfters getan, und zwar wirklich immer wieder. Also Ziele gerade der Hezbollah, aber auch der Iraner in Syrien bombardiert. Israel hat das immer gerechtfertigt, dass sie damit die Sicherheit Israels garantieren. Aber dass die Israelis wirklich einen Teil des Botschaftsgebäudes, also des Konsulat bombardieren, das ist jetzt wirklich nochmal eine neue Stufe. Und der Iran reagierte bereits darauf mit großen Drohungen. Und das muss der Iran sehr wahrscheinlich auch tun, denn der Iran kann aus seiner Sicht nicht tolerieren, dass ungestraft eine iranische Botschaft, ein iranisches Konsulat, gerade ausgerechnet von Israel bombardiert wird. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt heute, also am Sonntag, befinden. Der Iran hat Rache angekündigt. Und die halbe Welt, beziehungsweise die Geheimdienste, machen sich jetzt Sorgen und Gedanken, wie diese Rache aussehen könnte. Und es gibt schon so ein paar Anzeichen, es gibt ein paar Gerüchte aus Geheimdiensterkenntnissen, was vielleicht passieren könnte. Darauf werde ich am Ende des Videos eingehen. Ich spiele jetzt mal ein paar Szenarien durch, nämlich genau drei in verschiedener Intensität, was der Iran vielleicht machen könnte und was das für Folgen haben könnte. Für den Nahen Osten und eben auch für diesen kalten Krieg, diesen noch nicht eskalierten Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Und ich sage jetzt gleich, das sind keine Vorhersagen. Ich sage nicht, was als nächstes passieren wird, denn ich bin weder ein General der Revolutionsgarden, noch bin ich Ayatollah Khamenei. Ich kann jetzt nur Gedankenspiele machen und überlegen, was denn passieren könnte. Und das werde ich jetzt eben hier machen. Das erste Szenario, das ich jetzt mal so ein bisschen durchspielen möchte, wäre das mit der geringsten Intensivität. Das würde bedeuten, dass die Iraner, wie schon oft in der Vergangenheit, verschiedene ihrer Proxy-Gruppen aktivieren, die dann kleinere oder mittelgroße Angriffe auf zum Beispiel amerikanische Einrichtungen im Nahen Osten ausführen. Das ist etwas, was jetzt nicht zum ersten Mal passiert ist, wirklich nicht. In den letzten Monaten und auch Jahren ist das wirklich immer wieder passiert. Und das könnte zum Beispiel so aussehen, dass verschiedene irakische Milizen als Beispiel mit Mörsern oder Raketen auf amerikanische Militäreinrichtungen im Irak feuern. Da sind in der Vergangenheit öfters mal auch Soldaten verletzt worden, aber es waren nie wirklich große Anschläge mit dutzenden Toten. Das Größte davon war vor ein paar Wochen, dass in Syrien und Jordanien an der Grenze da, dass es da zu so einem Vorfall kam, wo eine Drohne einer vom Iran unterstützten Gruppe amerikanische Soldaten angegriffen hat und dabei mehrere Soldaten töten konnte. Das ist das Szenario mit der geringsten Intensivität und zwar aus verschiedenen Gründen. Wenn es kleine Angriffe sind, gerade auf die Amerikaner, dann ist es etwas, wo Israel sagen kann, geht uns nichts an. Wir haben damit nichts zu tun. Das sind amerikanische Soldaten, die dabei verletzt wurden. Und wir haben damit praktisch jetzt nicht die Verantwortung, da mit einem Gegenschlag zu reagieren und das Ganze noch weiter zu eskalieren. Gleichzeitig könnte der Iran sagen, das war eben die Rache für diesen israelischen Luftschlag. Man kann natürlich immer wieder sagen, die Israelis sind nur die Handlanger der Amerikaner. Deswegen ist es jetzt im Interesse des Iran, die Meister, also die Amerikaner im Nahen Osten zu verwunden. Und gleichzeitig, durch den Einsatz von diesen Proxy-Armeen, könnte der Iran aber auch sagen, wir waren das nicht. Dieser israelische Angriff hat den Zorn der muslimischen Welt und so weiter erweckt, bla bla bla. Und deswegen haben wir damit nichts zu tun, aber trotzdem, die Muslime der Welt haben sich gerecht für diese schändliche Tat und so weiter. Könnte aber sagen, wir selber haben damit nichts zu tun. Auch wenn allen bewusst ist, dass der Iran eben sehr starken Einfluss auf diese Milizen hat. Und letztendlich, die Amerikaner müssten dann natürlich auch handeln, weil auch die Amerikaner nicht ihr Gesicht verlieren können und zeigen, dass sie auf solche Angriffe mit Gewalt reagieren. Und das könnte dann so aussehen wie in der Vergangenheit, dass verschiedene Milizen etwa im Irak bombardiert werden. Und wir hätten die Situation am Ende, dass alle Seiten sagen können, sie sind der Gewinner dieser Situation. Die Israelis können sagen, wir haben einen bzw. zwei wichtige iranische Generäle ausgeschalten und nichts ist uns passiert. Die Iraner können sagen, wir haben Rache geübt an den Westlern, an den Imperialisten und sind praktisch damit davon gekommen. Das war erfolgreich, weil wir eben amerikanische Basen angegriffen haben. Und die Amerikaner können sagen, sie haben ihr Gesicht gewahrt, weil sie auf diese unprovozierte Gewalt durch die iranischen Proxys mit Gewalt reagiert haben und dafür gesorgt haben, dass die Verantwortlichen bestraft wurden. Das ist das Szenario meiner Meinung nach mit der geringsten Intensivität. Das zweite Szenario mit der, ich nenne es mal mittleren Intensivität, das würde beinhalten, dass der Iran selbst aktiv wird und nicht über seine Proxys. Auch das hatten wir in der Vergangenheit schon. Vor ein paar Wochen hat der Iran selbst Ziele, zum einen in Pakistan angegriffen, zum anderen im Irak. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns diesen Angriff mal anschauen, also gerade im Nordirak auf die kurdischen Gebiete. Da haben die Iraner gesagt, dass das auch eigentlich ein Schlag gegen Israel sein sollte und zwar gegen den israelischen Geheimdienst Mossad. Dabei haben die Iraner einen kurdischen Geschäftsmann in seinem Zuhause getötet, haben aber behauptet, dass sie eine Mossad-Zentrale im Irak damit zerstört haben. Und man sieht hier schon, es geht hier ganz viel um Kommunikation, auch nach innen, um Propaganda. Ich benutze hier sehr oft den Begriff von bewaffneter Kommunikation, so zynisch das auch klingen mag. Ich glaube, es ist angemessen. Das ist insofern ein Szenario, das interessant sein könnte für den Iran, weil die Iraner eben in den Augen der Welt und natürlich auch ihrer eigenen Bevölkerung ganz offen sagen können, es waren wir. Wir haben jetzt Rache genommen, wir haben Vergeltung geübt für diese Angriffe auf unsere Generäle. Könnten das machen, ohne Israel direkt anzugreifen, indem sie einfach sagen, sie bombardieren irgendwelche Ziele und sagen, sie haben damit den israelischen Geheimdienst getroffen. Das funktioniert eigentlich immer, weil diese Verschwörungstheorien, was irgendwie im Prinzip alles Teil des israelischen Geheimdienstes ist, ist ein Topos, der im Nahen Osten leider wirklich recht populär ist. Und deswegen könnten sie das auch da wieder behaupten. Und gleichzeitig, je nachdem, wen sie da angreifen als Iraner, müssen sie nicht damit rechnen, dass sie massive Gegenschläge bekommen. Weil, wenn jetzt nur irgendwelche Ziele im Irak getroffen wären, ob es eben kurdische Ziele sind oder eben Ziele im südlichen, im Zentralirak, die Amerikaner würden dadurch sehr wahrscheinlich keinen großen Krieg im Nahen Osten provozieren wollen oder sich dazu provozieren lassen, sondern würden sagen, okay, vielleicht werden als Vergeltung irgendwelche Milizen wieder im Irak angegriffen, die vom Iran finanziert werden. Und damit könnte man dann auch sagen, wir haben reagiert adäquat, wir haben die Verbündeten des Iran im Irak dafür bestraft und so weiter. Aber es gäbe eben immer noch die Möglichkeit, dass man diesen großen Krieg vermeidet, weil alle Parteien praktisch so ihr Gesicht wahren könnten. Und deswegen sage ich, dass das die mittlere Stufe der Intensivität ist, weil eben Iran in diesem Szenario selbst präsent wäre und selbst militärische Gewalt in einem anderen Land ausüben würde, aber nicht so große Gefahr besteht, dass die Israelis oder die Amerikaner im Gegenzug wieder den Iran angreifen müssten. Und das dritte Szenario, von dem wir wirklich nicht hoffen können, dass es eintritt, das ist das mit der höchsten Intensivität. Das wäre, wenn der Iran selbst Israel angreift oder amerikanische Ziele im Nahen Osten. Und das hätte eben das große, große Risiko, dass das Ganze absolut eskaliert. Denn die Israelis, und das sehen wir alle in den letzten Monaten, sind gerade komplett auf Kriegsfuß und haben da auch das Auge für Maas verloren, möchte ich einfach mal so sagen. Es gab dieses unfassbare, brutale, genozidäre Massaker der Hamas an mehr als 1000 Menschen am 7. Oktober 2023. Und daraufhin hat Israel mit einem Krieg gegen die Hamas im Gaza-Streifen begonnen. Und bei diesem Krieg sind einfach mittlerweile so viele Zivilisten getötet worden, dass Beobachter auf der ganzen Welt sagen, das hat jedliches Maß verloren, das ist exzessive Gewalt. Israel tut nicht das, was es tun müsste, um Zivilisten zu schützen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die rechte Regierung, die rechte bis rechtsextreme Regierung in Israel, auch eben diesen Krieg braucht, um sich an der Macht zu halten. Es ist immer gut, in den Umfragen waren sie unglaublich unpopulär, aber in solchen Kriegszeiten halten Länder und Gesellschaften oft zusammen. Deswegen, wenn jetzt der Iran als äußerer Feind, als existenzieller Feind Israels, wirklich Ziele in Israel angreifen würde und dabei Israelis töten würde, dann muss man nicht wirklich ein Hellseher sein, um zu sagen, dass Israel da reagieren würde. Und die Frage ist, ob Israel dann Zurückhaltung üben würde, wenn in so einer Situation der Iran israelische Ziele in Israel angreift, oder ob sie dann massiv reagieren würden, vielleicht sogar überreagieren, was wieder dazu führen würde, dass der Iran, um sein Gesicht nicht zu verlieren, beziehungsweise die iranische Führung, um ihr Gesicht nicht zu verlieren, wiederum antworten müsste. Und so wären wir dann eben in dieser Gewaltspirale, von der so oft die Rede ist, das ist auch ein bisschen abgenutzt, das Wort, aber es stimmt. In dieser Situation könnte das Ganze sehr schnell eskalieren zwischen Iran und Israel. Weil beide erklärte Erzfeinde sind, der Iran zieht ganz viel von seiner Legitimation daraus, dass er der Anführer der Achse des Widerstandes ist. Dass die Iraner die einzigen sind, die noch für die Rechte der Palästinenser kämpfen, während die Golfmonarchien, die Saudis, die Ägypter, die Jordanier und so weiter alle mittlerweile mit den Israelis zusammenarbeiten. Wenn der Iran dieses Image verliert, also als einziger ernsthafter Gegner der Israelis im Nahen Osten, dann würde ihn das massiv schwächen. Und deswegen ist es eben wichtig für den Iran, da jetzt sein Gesicht nicht zu verlieren. Und für die Israelis, wie gerade schon erklärt, ist es natürlich absolut inakzeptabel, dass der Iran, der oft damit gedroht hat, Israel vernichten zu wollen, dass der nun wirklich Israelis in Israel tötet. Und deswegen hätte dieses Szenario eine unglaubliche Sprengkraft und wäre sehr, 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 sehr gefährlich. Egal wie sehr die Amerikaner auf die Israelis einwirken würden, nicht zu stark zu reagieren. Sollten die Iraner Ziele in Israel angreifen, ist es nicht vorherzusehen, wohin das führen würde. Und deswegen habe ich das jetzt als drittes Szenario benannt, mit der höchsten Intensivität. Natürlich gibt es auch noch Zwischenszenarien. Ich wollte das jetzt nicht alles durchdenken, was passieren könnte. Natürlich könnte der Iran auch über seine Proxys Israel angreifen. Das wäre jetzt auch so ein mittleres Szenario, dass zum Beispiel die Hisbollah jetzt das Go bekommt oder den Befehl bekommt von den Iranern, dass sie massiv Raketen auf Israel schießen. Die haben zehntausende Raketen, zum Teil auch vom Iran geliefert. Und damit könnte man Israel auch unter Druck setzen und die Iraner könnten auch sagen, ja, hier Vergeltung wurde geübt. Aber was das dann für die Hisbollah bedeuten würde, wenn eine rechte israelische Regierung, die gerade eh auf Kriegsfuß ist, dann auch noch von Norden, von der Hisbollah angegriffen wird, ist auch schwer auszumalen. Denn das könnte bis dahin gehen, dass die Israelis wieder in den Libanon einmarschieren und es wieder einen neuen Krieg gibt und eine neue Phase des Krieges, die ihrerseits wieder eskalieren könnte. Soviel zu meinen Szenarien. Es sind keine Prognosen. Ich habe keine Ahnung, was davon eintreffen wird. Ich hoffe, die mit der geringsten Intensivität. Es wird irgendwas passieren, davon gehe ich aus. Und davon gehen auch Geheimdienstler aus, weltweit. Und ich habe ja vorher schon angedeutet, dass es eben so dieses Gerücht gibt in den Medien, dass amerikanische Geheimdienste schon Informationen bekommen haben. Und die würden darauf hindeuten, dass der Iran Ziele in Israel angreifen wollte. Und zwar mit Marschflugkörpern und mit Schahid-Drohnen. Schahid-Drohnen, dazu möchte ich kurz ein paar Worte verlieren. Die sind in den letzten Jahren und Monaten sehr bekannt geworden. Denn diese Schahid-Drohnen haben den Russen ermöglicht, im Krieg in der Ukraine großen Schaden anzurichten. Das sind sehr günstig produzierte Kamikaze-Drohnen. Das heißt Drohnen, die nicht irgendwelche Raketen abfeuern, sondern praktisch selbst die Rakete sind. Die sind mit Sprengstoff beladen und fliegen dann in ihr Ziel und sprengen es in die Luft. Die sind sehr, sehr, sehr gefährlich. Die ukrainische Seite hat im Krieg sehr große Verluste durch diese Schahid-Drohnen auch hinnehmen müssen. Und diese Geheimdienstinformationen, die die Amerikaner haben, deuten nun eben darauf hin, dass ein potenzieller Angriff der Iraner auf Israel eben unter anderem mit diesen Drohnen in großer Zahl ausgeführt werden könnte. Man weiß nicht genau, welche Ziele. Und man weiß auch nicht genau, wann das Ganze stattfinden sollte. Aber es gibt die Befürchtung, dass das jetzt in der nächsten Woche eben passieren könnte als Antwort auf diesen israelischen Angriff gegen das Konsulat der Iraner in Syrien. Und das ist alles natürlich auch symbolisch, weil demnächst der Ramadan endet. Deswegen heißt es, dass die Iraner diese Racheaktion noch vor Ende des Ramadan durchführen wollen. Und was das bedeuten würde, das wissen wir nicht. Das kann keiner wissen, aber es wird nichts Gutes sein. Die große Frage ist, ob es die Iraner selber machen oder ob sie das praktisch von der Hisbollah oder anderen Gruppen ausführen lassen. Das alles wird die Zeit zeigen. Mit diesem Video wollte ich euch jetzt nur so ein paar Ideen geben. Ein bisschen was, damit ihr euch schon mal ein paar Gedanken gewöhnen könntet, was vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen könnte. Und ich hoffe, dass nichts davon eintritt, aber wir werden sehen. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.